Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier heute mit einem neuen, entspannten Shop-Video. Wir werden uns anschauen, was heute reinkommt. Bin auf jeden Fall schon mal gespannt. Freunde, davor nicht vergessen, gerne den Support-O-Creator-Code eintragen, FFZ-UCHYT. Und checkt die Videobeschreibung ab, da ist gerade aktuell ein Gewinnspiel am Start. Und ihr kriegt dort super günstige Game Keys, die in der Zeit von 2-3 Sekunden geliefert werden. Also, Freunde, macht euch keinen Zwang. Schaut da vorbei und da ist aktuell ein Gewinnspiel am Start. Egal, ob ihr euch dort was kauft oder beim Gewinnspiel mitmacht, ihr bekommt dort, wenn ihr Glück habt, 20 Euro Guthaben von Instant Gaming. Also, schaut da gerne rein. Ich bin gespannt, was jetzt reinkommt, Freunde. Let's go. Oh, was ist das denn? Okay. Aha. Okay. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal entspannt erst mal auf der ganz rechten Seite an und dann gehen wir einfach mal weiter. Auf der komplett rechten Seite haben wir die ganzen St. Patrick's Day-Skins. Da brauche ich, denke ich mal, überhaupt nicht näher einzugehen. Das Ganze erklärt sich, denke ich mal, von selbst. Man muss dazu sagen, Freunde, dass es jetzt nicht die besten Skins sind, aber da sind schon ein paar coole Sachen dabei. Hier, die zwei sind geil und Sarge und Grünkleer finde ich eigentlich ganz nice. Ansonsten, hier rechts unten haben wir nochmal ein Amount und zwar diese komischen Dollar. Also, er wirft halt mit diesen kleinen Münzen da. War zu der 2.366 Tagen drin gewesen, heute wieder drin oder gestern. Ich bin mir gar nicht sicher, Freunde. Ist auf jeden Fall, also mit dieser Shop-Aktualisierung, die heute reinkam, mit der ist die halt reingekommen. Dann kommen wir zu der rechten Seite. Hier haben wir so ein paar altbekannte Skins, würde ich mal sagen. Äh, Skins, sage ich schon Items und Skins am Start. Ich würde sagen, Freunde, wir fangen mal ganz entspannt mit der Arctus-Assassinien an. Die ist gefühlt jeden Tag drin. War zu der 2.25 Tagen drin gewesen. 45 Mal haben wir die bereits schon im Shop gesehen. Also äußerst oft. Der war zu der 2.62 Tagen drin gewesen. Sechs Mal insgesamt. Dann gehen wir weiter, Freunde. Und zwar hier Deckeltritt, richtig cooler Amount. Mir persönlich gefällt der unnormal. Zu der 2.19 Tagen das allererste Mal drin gesehen. Ähm, sonst mit heute zweimal im Shop drin gewesen. Dann gehen wir weiter. Hier die Gaunerin, 1.500 V-Bucks. Ja, Freunde. Zuletzt war 36 Tagen drin. 24 Mal insgesamt. Muss jeder für sich selber wissen. Mein Fall ist es nicht. Dann haben wir Signature-Scharfe für 800 V-Bucks. Na ja, Freunde. War zu 21 Tagen drin gewesen. Zehn Mal bis jetzt insgesamt im Shop. Und das ist schon echt oft. So, dann gehen wir weiter. Hier, Freunde. Haben wir neue Lackierung. Und zwar Strahlende Rune. Reaktive Lackierung werden animiert beim Schießen. So, ihr seht, Freunde. Das leuchtet halt dann so auf. Ja, muss man selber wissen, ob man es feiert oder nicht. Ich werde jetzt mal die Finger davon lassen. Nun kommen wir zu der linken Seite. Hier haben wir auf jeden Fall einen neuen Skin, wie ihr sehen könnt. Und dann ist ansonsten da noch ein Skin, der uns bekannt ist. Beziehungsweise zwei Skins, die uns bekannt sind. Das Paket war zuletzt vor 30 Tagen drin gewesen. Zuletzt vor einem Monat. Sieben Mal insgesamt im Shop schon. Genauso wie die Lackierung. Hier, Lackierung ist eigentlich ganz nice. Skin ist auch cool. Rücken-Accessoire hiervon ist mega. Persönlich gefällt es mir extremst. Dann, Freunde, haben wir hier dann nochmal die Sandsturm-Kollektion. Einmal Sandsturm als Skin und dann einmal Shim-Ta. Dann haben wir Emblem und Chrono. Alles hier, was ihr gesehen habt, war zuletzt vor einem Monat drin gewesen. Achtmal bis jetzt insgesamt im Shop. Ja, ja, ist nicht so lecker. Real Talk ist nicht so lecker. Muss nicht sein, ne? Dann gehen wir hier rüber. Gesandte, neuer Skin. Ich bin mir nicht sicher, ob der mir gefällt. Rücken-Accessoire werde ich mir holen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Kann man bestimmt mit dem einen oder anderen halt miteinander verknüpfen. Und, und, und. Aber der Skin so, na, da lasse ich die Finger davon, Freunde. Der gefällt mir nicht. Aber 800 Dew-Bugs ist eigentlich recht günstig. Also, wenn ihr doch Bock haben solltet, dann schlagt zu. Ansonsten lasst die Finger davon. Soviel auf jeden Fall hierzu. Jetzt würde ich sagen, dass wir in den Ready-Developen-Modus gehen und uns dort dann nochmal umsehen, was wir denn dort zu erhalten haben im Lama-Shop. So, heute im Lama-Shop haben wir das. Es ist eine Falle-Lama. Lohnt sich nicht in meinem Fall. Also würde ich euch nicht raten. Hier ist weiterhin alles gleich gelieben. Erst morgen erhalten wir dort eine Aktualisierung. Ich bin draus. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Geht mit dem Flow. Ja, tsch, 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 freps. Tschau.